Hi, mein Name ist Erwin Villa. Das ist Snatch World von Austrian Champions Day. Vom Gewicht her haben wir hier einmal 15 kg Stange, 15 kg Eleiko Stange, dahinter 2,5 kg und 15 kg. Auf der anderen Seite natürlich genauso, 15, 2,5 Klammern. Timers gestellt. Maximum die Coach, wenn niemand da ist. Strom ist an. Check. Da haben wir uns noch 5 Minuten gestellt. Starke. Okay. Wasp. Oh! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.